Servus Freunde, ich begrüße euch mal wieder zu einer Langzeit-Review werden. Ich hoffe der Ton ist halbwegs okay, ich nehme nämlich heute ohne meine Rode auf, ich nehme das mit dem Einbauen-Mikrofon auf, weil ich die eigentlich vorstellen will. Und zwar geht es jetzt einmal um eine Langzeit-Review von meinem Rode Wireless-Go-System. Jetzt werdet ihr es wahrscheinlich eh schon alle kennen, ich habe das jetzt über 2 Jahre im Einsatz, ich habe damit über 300 Videos getragen, ihr kennt meinen Ton, der ist, sag ich mal, doch okay, ihr wisst ihr, ich habe das auch immer da vorne drauf, absichtlich, und zwar, das mache ich daher klar, man kann das da auch anklipsen oder sonst irgendwo hinhängen. Das Problem, was ich dabei gefunden habe, wenn ich mich da jetzt um mit dem Einbauen-Review hinnehme, habe ich eine ganz andere Lautstärke, als wenn ich da auf dem Mikrofon rede. Daher ist mir das einmal gekommen, ich habe es ganz einfach quasi auf den Hult gesteckt, auf Deutsch gesagt. Und seitdem steckt es eigentlich immer da oben, und ich kann meinen Kopf hintragen, wo ich will. Ich habe immer dieselbe Lautstärke und Tonqualität, da verändert sich einfach nichts, und daher habe ich es auch immer da oben. Ich habe das ein bisschen gepimpt, ich habe das natürlich einmal ein bisschen mit einem Tarnfarmen, von einem Stückchen, einem Tarp habe ich noch gehabt, das habe ich mir noch rausgeschnitten, habe das draufgepickt. Ich habe euch dann einmal eingeblendet, wie man das mit der Toten Katze machen kann, mit zwei Gummiringerl, dass die nicht rausfallen. Link kann ich da oben einfügen, aber ich habe das Ganze jetzt, da ist ja eigentlich immer gleich verwendet, und das ist immer noch dieselbe Tote Katze, bin ich ganz einfach hergegangen, habe ein bisschen eine Unlook genommen, habe das in die Ausnehmungen reingedruckt, habe das reingedruckt, habe das warten lassen, und seitdem piekt es da drin, das halt bombenfest. Ja, wie gesagt, all the world, let's go, da gibt es diesen quasi Sender, der ein eingebautes Mikrofon hat, man kann aber natürlich auch externes nochmal anschließen mit einem Kabel, wenn man auch nicht will, steckt das hinter, lasst das Kabel durch und da raus, mir ist das eigentlich wurscht. Ich bin es schon gewohnt, es hat es mich gewohnt mit dem am Bugertum, und somit bin ich eigentlich zufrieden, und es anscheinend auch. Die kann man sehr schön anklipsen, die passen auf jeden Kaltschuh hoch, es ist ein kleines Kabel dabei. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe in der Zwischenzeit alle Richtmikrofon, sind schon alle verkauft, weil es einfach nicht gebraucht, nicht einsetzt und nicht verwendet, sondern eben die. Ich bin damit wirklich urzufrieden. Sie haben am Anfang gehalten, dann dachte ich, was ist hier mein eingebauten Akku, aber ok, das war mir von Haus aus klar. Ich laden sie auch normalerweise nach jeder Tour, wurscht wie voll die sind, werden sie bei mir voll gelohnt. Das heißt, wenn ich reingreife und ich gehe fort, sind die voll. Sie haben am Anfang so gehalten an die 5,5 Stunden, kann ich sagen. Dann haben sie angefangen zum Schwächeln. Im Augenblick halten sie noch so 3,5 bis 4 Stunden. Wie gesagt, ich habe 300 Videos damit gedreht. Das ist eine schöne Zeit. Ihr kennt das. Da kommen ja nicht nur 15 Minuten raus, sondern da sind ja vor dem Schnitt 1,5 Stunden Video dabei. Oder noch mehr. Und die drehen sich nicht immer an. Die rennen mit. Von Einschalten bis zum Anschalten rennen die mit. Das, was ein bisschen mehr gebraucht hat, was mir aufgefallen ist, ist der Sender. Der Empfänger, also der geht als erstes auf Rot. Der hat natürlich eine Anzeige herinnen, wie stark sie noch sind. Das ist alles pipi feinst. Ausschlag, da ist alles da. Gefällt mir wirklich sehr gut. Brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr, weil ich auf das gar nicht mehr schaue. Ich vertraue ihnen. Das funktioniert. Ich habe noch keinen Ausfall gehabt. Ich habe in meinen Videos gesehen, ich bin oft 30, 40 Meter weit weg. Und dadurch, dass ich es am Hut um habe, strahlt der da auch wunderschön neben mir vorbei. Und ich kann wirklich was gut wo hinrennen. Und Sender und Empfänger haben immer noch fast Sichtkontakt. Und viel weiter macht auch keinen Sinn. Also weiter wie 10 Meter von der Kamera weg ist eh schon sinnlos. Weil was soll ich da hinten noch viel erklären wollen. Da sieht mir fast keiner mehr. Ah ja, ok. Na aber wie gesagt, wollte ich euch einmal sagen, einen Langzeittest dazu, dass ihr einmal so was seht, falls einer Interesse daran hat. Es gibt ja in der Zwischenzeit dieses Doppelsystem mit zwei Sender und einem Empfänger. Ich habe damals gezahlt über 200 Euro dafür. Jetzt gibt es um 170. Die normalen. Die doppelte Ausführung, wenn man ein Interview macht, ist das natürlich super. Brauche ich nicht. Wäre ich auch nicht brauchen. Sollten die wirklich einmal hin sein. Ich kauf mal wieder das einfache Set von dem doppelten Hobbynix. Das kostet glaube ich 260. Warte mal einmal das aufgeschrieben. Das doppelte kostet 270. Und dann gibt es noch Versionen mit Mikrofon dazu extra. Da seid ihr schon auf 450 oben. Also da habt ihr dann das rote Mikrofon dabei. Die sind schon spitzenmäßig auch. Aber ja. Für mich ist das nach wie vor ein Hobby. Ich bin ja nicht beim ORF oder was, wo das alles befreit sein muss. Ich schau sowieso. Der Ton ist mir extrem wichtig. Bild ist mir auch wichtig. Aber noch wichtig ist mir der Ton. Das muss ich haben. Ich mag einfach keine Videos, wo der Ton für den Hugel ist. Das bringt nichts. Und ich bin mir sicher, da sind andere auch der Meinung. Es hilft das schönste Video nichts, wenn ich nichts höre, wenn da in der Wind reinpfeifen. Ist nicht meins. Ist halt so. Ich sage ehrlich wie es ist, gebe ich zu. Das schaue ich mir auch nicht mehr an. Das ist uninteressant. Ja, aber gut. Hören wir wieder auf von dem Ganzen. Wie gesagt, ich habe diese in Verwendung. Da sind dann noch zwei Carben dabei für USB-C zum Lohnen. Von da los. Der 3,5 Linken Stecker. Von da überall. Ich habe den da jetzt auf dem Media Mod mit drauf. Auf der GoPro 9 auch. Oder auf der Sony drauf. Ja Freunde, ich will ja das Video nicht in die Länge ziehen. War von mir jetzt eine Langzeit Review. Ich bin damit nach wie viel zufrieden. Sie werden auch weiterhin bei mir im Einsatz sein. Bis sie einmal gar nicht mehr gehen. Und dann kaufen wir das selbe Set noch einmal nach. Ich kann es jedem empfehlen. Wer es haben will. Seid ihr damit. Ich bin damit zufrieden. Und ich schätze, 100 andere werden es auch haben. Und sind auch zufrieden. In jedes Video was man sieht. Haben sie das auch wieder angesteckt. Und von daher. Kann das nicht so falsch sein. Aber gut. Ich sage wie immer. Danke fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch was. Fiat gut.